Kamera läuft wieder, ja. Ja, also wir haben uns überlegt, wir kriegen das Knotenpolynom durch so einen Ansatz raus. Die Frage ist nur, ob es uns was nützt. Also wir können ein Polynom bestimmen. Wir möchten, dass das Knotenpolynom eine gewisse Bedingung, diese Integralbedingung erfüllt. Wir finden durch diesen Ansatz zumindest lineare Gleichungen für die Koeffizienten eines Polynoms. Wahrscheinlich finden wir auf diese Art und Weise sogar ein Polynom, was diese Gleichung erfüllt. Die Frage ist, taugt das Polynom, was da rauskommt als Knotenpolynom? Also hat das Polynom Nullstellen, die wir dann auch als Knoten verwenden können? Hat das Ding reelle Nullstellen? Hat das Ding Nullstellen, die dann auch in dem Intervall a bis b, wo wir die Funktion auswerten können, ließen? Und das ist tatsächlich erfüllt, und das gilt ganz allgemein. Wann immer wir ein Polynom haben, was diese Bedingungen, diese Integralbedingungen, die wir gerne hätten, erfüllt, dann haben wir automatisch auch vernünftige Nullstellen dieses Polynoms. Also Satz 1, 17, angenommen, wir haben ein Polynom, und dieses Polynom, das soll sein, ja, von der Form Omega von x gleich x hoch m, also Höchstkoeffizient gleich 1, plus irgendetwas, was dann entsprechend kleineren Grad hat. Also wir haben hier ein Polynom aus dem Polynomraum Pi m, und das hat auch Echtgrad m, also das heißt, es liegt nicht im Polynomraum m minus 1. Allerdings, wenn dieses Polynom, dieses Knotenpolynom, diese Integralbedingung erfüllt, Sie haben die noch vor Augen, Integral Omega von x mal p von x mal w von x dx gleich 0, für jedes p aus p m minus 1, also wenn das die Bedingung, wir hatten sie vorhin 2 Stern genannt, das behalte ich bei, für diese Integralbedingung, wenn es diese Bedingung 2 Stern erfüllt, dann sind die Nullstellen von dem Polynom tatsächlich auch gute Knoten, dann hat das nämlich, dann besitzt Omega von x, nämlich reelle und paarweise verschiedene Nullstellen, die alle in a, b liegen. Und beachten Sie, ich habe hier wirklich das offene Intervall a, b liegen, das heißt, die Nullstellen sind tatsächlich so, die liegen in a, b und sie sind auch nicht die Randpunkte. Mit den Randpunkten könnten wir gut leben für eine Quadraturformel, aber die Quadraturformel kommen tatsächlich nicht raus. Diese Bedingungen können nicht erfüllt sein, wenn wir die Randpunkte nehmen als entsprechende Nullstellen. Ja, so, jetzt läuft die Kamera, ich hoffe, mit dem ersten Teil hat alles geklappt, aber da ist es mir zumindest nicht aufgefallen und ich habe hier erst irgendwas schiefgegangen und die Kamera läuft noch nicht. Ich habe allerdings auch gerade, bin zum Glück noch auf der Folie, wo ich gestartet bin mit dem Satz 1.17, ein bisschen was an Motivation und Tumorum erzähle, das fehlt jetzt leider an der Stelle. Also wir möchten gerne zeigen, dass unser Polynom, unser Knotenpolynom, wenn das diese Bedingung erfüllt, dass wir den entsprechenden Exaktheitsgrad haben, dass dann die Nullstellen auch tatsächlich etwas taugen. Das heißt, dass wir diese Nullstellen dann, dass die reellen sind, im Intervall a, b liegen und ich führe Ihnen jetzt gerade vor im Beweis, dass die Nullstellen tatsächlich reell sind. Angenommen, eine wäre nicht reell, sei dies x1, nummerieren die Dinger so, dass x1 die nichtreelle Nullstelle ist und jetzt benutzen wir die hier schon im Raum, das ist jetzt der Vorteil für Sie, angesprochene Idee und in der auf der Kamera noch nicht angesprochene Idee, dass wenn wir so etwas haben, dass wir das Vorzeichen des Polynoms dann unter Kontrolle kriegen, ohne es zu quadrieren, also ein Gegenbeispiel zu dieser Exaktheitsgrad-Bedingung aufbauen können, die dann entsprechend unsere Bedingung 2 Stern verletzen wird. Ja, wie kriegen wir das hin? Gucken wir uns das Polynom nochmal an. Unser Omega von x, das Knotenpolynom, mit dem wir gestartet sind, ist ein reelles Polynom. Pi m ist in dieser Vorlesung immer definiert als Raum der Polynome mit reellen Koeffizienten und wenn Sie an den naheliegenden Ansatz von vor der Pause denken, dann setzen Sie entsprechend Ihr Knotenpolynom, Sie suchen ja reelle Knoten, also wäre es dämlich, ein Polynom mit komplexen Koeffizienten anzusetzen, setzen Sie sich ein Polynom mit reellen Koeffizienten entsprechend an. Das heißt, Sie haben ein reelles Polynom mit einer komplexen Nullstelle. Kann durchaus sein, kennen Sie aus der p-q-Formel, das ist schon bei einem Polynom, bei einer Parabel kann das sein, dass Sie eine komplexe Nullstelle bei einem reellen Polynom haben, aber was Sie dann auch mal haben, ist die konjugiert komplexe Zahl ebenfalls als Nullstelle. Und das liegt einfach daran, dass, Sie wissen ja, Omega ist reelles Polynom, hat reelle Koeffizienten, das heißt, wenn Omega von x1, wenn das gleich Null ist, dann ist Null ist gleich komplex konjugiert Null, also Strich drüber ist jetzt komplex konjugiert, und das Omega ist ein reelles Polynom, das heißt, Omega ist irgendeine Summe von reellen Koeffizienten mal x-Potenzen, das heißt, in diese Summe können Sie komplexe Konjugationen reinziehen, komplexe Konjugation von der Summe ist Summe der komplex konjugierten Summanden, entsprechend in den reellen Koeffizienten, da müssen Sie das komplex konjugierte gar nicht machen, und die x hoch m komplex konjugiert ist dasselbe wie x komplex konjugiert hoch m, das heißt, dass X1 eingesetzt in Omega und dann komplex konjugiert, da kommt genau das gleiche raus, wie wenn Sie in Omega x1 komplex konjugiert einsetzen, das heißt, wenn x1 eine Nullstelle ist, dann ist das komplex konjugierte von x1 auch immer eine Nullstelle eines reellen Polynoms. Nun, wenn x1 aber nicht reell ist, dann macht komplex konjugieren einen echten Unterschied, dass Sie den Imaginärteil des Vorzeichen wechseln. Das heißt aber, das heißt, x1 quer ist nicht x1, das heißt, also und x1 quer ist nicht x1, das heißt, x1 quer ist eine echte neue Nullstelle an der Stelle, das heißt, x1 quer ist ebenfalls eine dieser Nullstellen, x1 bis xm, x1 ist es nicht, also es ist irgendeine der anderen, x2 bis xm, und da die Numerierung bisher egal ist, dann sagen wir, das x1 quer ist die zweite Nullstelle, x2, die wir an der Stelle haben. Das heißt, das x1 quer ist ebenfalls eine Nullstelle, und da sagen wir, also hieraus folgt, x1 quer ist ebenfalls Nullstelle, obda sei x2 das x1 quer. Das macht mir wieder die Notation einfacher, wenn ich jetzt nicht sage, es gibt irgendein j, sodass xj gleich x1 quer ist, und bisher war mir die Numerierung ja egal. Ja, das heißt, ich weiß über mein Omega von x, das sieht so aus, wenn ich die ersten beiden raus trenne, x minus x1 mal x minus x2 mal das Produkt, die anderen Dinge, x minus, wie gesagt, imaginäre Einheit brauchen wir nicht, i ist weiterhin Laufindex bei uns, i gleich 3 bis m, und wir wissen x2 ist gleich x1 quer. Ja, x1 quer und mal x minus x1, das ist aber was, was wir relativ gut kennen, x minus x1 mal x minus x1 quer, können wir ausrechnen. Was dabei rauskommt, da kommt raus, machen wir entsprechend x mal x, gibt x Quadrat, dann haben wir minus x mal x1 quer und minus x1 mal x, das gibt entsprechend, wenn das x nur eine reelle Zahl ist, ist x mal x1 quer und x mal x, also x mal x1 und x mal x1 quer ist gerade das komplex Konjugierte voneinander, weil x selber ist real, das ist x die Variable, die sie ins Polynom einsetzen, da werden sie nur reelle Zahlen einsetzen, das heißt, was hier rauskommt, ist x Quadrat minus 2 mal Realteil x1 mal x und dann plus x1 quer mal x1, gibt also x1 Betrag zum Quadrat für alle x in R. Ja, und das heißt, was hier rauskommt, das heißt, das, was hier steht, das ist auf jeden Fall schon mal ein Polynom mit reellen Koeffizienten. Also, was hier steht, ist ein Polynom, das liegt in P2, beachten Sie wieder unsere Definition, P2 sind die Polynome mit reellen Koeffizienten. Wenn Sie sehen, dass Sie x minus x1 mal x minus x1 quer noch einfacher zusammenfassen können, machen Sie gleich, mir geht es im Moment erst mal nur um die Koeffizienten. Also, dieser vordere Teil, der hat reelle Koeffizienten. Das Omega von x hat ebenfalls reelle Koeffizienten. Und jetzt haben Sie in der linearen Algebra wahrscheinlich Polynom-Division kennengelernt, dass Sie aus einem Polynom entsprechende Teile mit den Nullstellen einen Teil rausdividieren können und dass Sie das wirklich explizit durchführen können. Was Sie dabei machen, sind wirklich Divisionen, die Sie auf den Koeffizienten durchführen, das heißt, da kommen auch nur reelle Zahlen bei raus. Das heißt, durch Polynom-Division folgt jetzt, wenn das Omega von x reelle Koeffizienten hat und dieser vordere Teil x minus x1 mal x minus x1 quer reelle Koeffizienten hat, dann muss der hintere Teil, nämlich dieses verbleibende Produkt, auch reelle Koeffizienten haben. Also, Polynom-Division zeigt Ihnen dieses Produkt i gleich 3 bis m x minus x i. Das hat ebenfalls reelle Koeffizienten. Das ist jetzt entsprechend ein Polynom vom Grad m minus 2. Das Grad ist klar, aber es hat insbesondere auch reelle Koeffizienten. Da achten Sie wieder in dieser Notation im Pi m minus 2 ist der Raum der reellen Polynome mit Grad m minus 2. Das ist nicht ganz trivial, wenn Sie sich den Ausdruck angucken, weil die x i's können ja durchaus noch komplexe Zahlen sein. Also allein aus der Form Produkt x minus x i sehen Sie nicht, ob die Koeffizienten real oder komplex sind, aber dadurch, dass Sie ein reelles Polynom haben und ein reelles Polynom rausdividiert haben, das, was da rauskommt, das muss ein reelles Polynom sein. Also dieser Produktteil hinten ist wiederum ein reelles Polynom. Ja, über diesen vorderen Teil x minus x1 mal x minus x1 quer, da weiß ich aber noch mehr. Ich weiß nicht nur, dass es ein Polynom ist mit reellen Koeffizienten. Ich weiß außerdem ja x minus x1 mal x minus x1 quer. Nun, wenn ich hier x nur aus R einsetze, dann weiß ich, dass x gleich x quer ist. Das heißt, ich könnte hier auch schreiben x minus x1 mal x minus x1 quer. Ich könnte auch das x noch queren, weil das ist ja eine reelle Zahl. Komplexe Konjugation überträgt sich auf Summen und Differenzen. Das heißt, ich könnte auch x minus x1 komplett queren. Das heißt, ich habe hier eine komplexe Zahl, nämlich x minus x1 mal ihr komplex konjugiertes x minus x1 gequert. Das heißt, was da rauskommt, ist x minus x1 zum Betrag, zum Quadrat. Und das heißt, von dem vorderen Teil von Omega von x habe ich das Vorzeichen unter Kontrolle. Und jetzt kann ich diese Idee verwenden. Ich weiß, Omega Quadrat kann nicht exakt integriert werden, weil ich da das Vorzeichen unter Kontrolle habe, es steckt das Notenpolynom mit drin, deswegen ist Integral, deswegen ist Quadraturformel gleich 0 und ich habe das Vorzeichen unter Kontrolle das ist größer gleich 0, aber nicht die Nullfunktion, deswegen kann es Integral nicht 0 sein. Dafür musste ich jeden Eintrag, jedes dieser x minus x is quadrieren, um dieses Gegenbeispiel zu konstruieren. Wenn in dem Knotenpolynom aber x minus x1 Betrag zum Quadrat drin steckt, dann muss ich die ersten beiden Teile vom Knotenpolynom, die muss ich gar nicht quadrieren, damit ich das Vorzeichen unter Kontrolle habe, sondern es reicht, wenn ich diesen hinteren Teil quadriere. Das heißt, wenn mein Knotenpolynom so aussehen würde, dann wäre dieses Knotenpolynom mit vorderer Teil so gelassen, ersten beiden Faktoren, hinteren Faktoren alle quadriert, wäre ein Gegenbeispiel zu meinem Exaktheitsgrad, denn dann hätte ich ein Polynom raus, da steckt Omega von x mit drin, also wir nehmen uns Omega von x mal diesen hinteren Teil, damit die hier alle quadriert sind, also Omega von x mal dem Ding, was ich gerade blau unterstrichen habe, ist ein Polynom vom Grad, was haben wir dann, Pi m und Pi m minus 2, also vom Grad Pi 2 m minus 2, bei dem ich das Vorzeichen unter Kontrolle habe, es ist größer gleich 0 und entsprechend kann das Integral nicht 0 sein, aber die Quadraturformel ist gleich 0. Das heißt, dieser Ausdruck, blau unterstrichenes Ding mal Knotenpolynom, wäre etwas, was nicht exakt integriert werden kann, diese exakte Integration steckt aber in meiner Integralformel 2 Stern drin, das heißt, das müsste ein Gegenbeispiel sein, was dann nicht mit meiner Formel 2 Stern übereinstimmt. Rechnen wir das Ganze noch nach, also geben wir, schreiben wir es noch mal sauber hin, wir wissen jetzt also, dass dieses x minus x1 zum Quadrat, das wissen wir, ist immer größer gleich 0, das heißt, was wir jetzt nehmen könnten, wäre das folgende Polynom, wir könnten uns das Polynom nehmen, Omega von x mal Produkt i gleich 3 bis m x minus x i nennen wir das Ding gleich p von x und wir hatten uns überlegt, das Ding ist ein Polynom mit reellen Koeffizienten vom Grad m minus 2 und wir wissen, Omega von x mal diesen Ausdruck sieht also so aus, wir haben die ersten beiden Faktoren nicht quadriert, alle anderen quadriert, die ersten beiden Faktoren x minus x1 mal x minus x2 haben wir uns überlegt, gibt gerade dasselbe wie x minus x1 betragsmäßig zum Quadrat und dann haben wir da das Produkt x minus x i über die ganzen anderen Dinge i gleich 3 bis m, das wäre das Knotenpolynom Omega von x und wenn ich das jetzt nochmal mal dem Produkt nehme, habe ich entsprechend die Dinger hier alle quadriert mit drin. Ja und damit habe ich also etwas, das ist ein Knotenpolynom Omega mal ein Polynom p in pi m minus 2, das heißt, was ich hier habe, ist etwas, das ist größer gleich 0 für alle x in r und es ist außerdem etwas, ein reelles Polynom vom Grad, Grad m und Grad m minus 2 gibt also 2m minus 2. Dieses Ding ist ein Gegenbeispiel, was nicht exakt integriert werden kann, muss also ein Gegenbeispiel für unser 2 Stern sein. Ja und was sagte 2 Stern? 2 Stern sagte, also Omega mal p erfüllt aber nicht das 2 Stern, denn wenn ich Omega mal p da einsetze, dann wäre ja das Integral von a bis b Omega von x mal p von x b von x dx das wäre jetzt also eine Funktion, die ich hier einsetze, die ist größer gleich 0, das weiß ich, außerdem weiß ich Omega von x hat nur endlich viele Nullstellen, nämlich gerade an diesen m Stellen, p von x hat ebenfalls nur an m minus 2 Stellen Nullstellen, also ebenfalls nur endlich viele Nullstellen, w von x hat mir vorausgesetzt, ist größer 0 und darf nur an den Rändern Nullstellen haben, das heißt, dieses Ding hier ist eine Funktion, die ist größer gleich 0, hat aber nur endlich viele Nullstellen, er ist also insbesondere nicht identisch 0 und die ist natürlich stetig, weil Omega und p sind Polynome, sind stetig, w war vorausgesetzt als stetig, das heißt, wir haben ja eine stetige reelle Funktion, das Omega von x, p von x sind Polynome mit reellen Koeffizienten, x durchläuft ein reelles Intervall, w ist eine reelle Funktion, das heißt, wir haben ja eine reelle Funktion, auf einem reellen Intervall größer gleich 0 sind wir ja völligst im Reellen, können unseren Hilfsatz anwenden, wenn die Funktion größer gleich 0 ist, nicht negativ ist, dann kann Integral 0 nur dann rauskommen, wenn die Funktion die Nullfunktion ist, es ist nicht die Nullfunktion, also das hier ist echt größer als 0 und das ist also ein Widerspruch zu 2 Stern, denn 2 Stern sagte, all diese Ausdrücke hier sollen gleich 0 sein, das heißt, wenn wir schaffen, ein Polynom zu finden, was diese Bedingung 2 Stern, diese Integralbedingung erfüllt, dann haben diese Polynome automatisch reelle Nullstellen, denn hätten sie keine reellen Nullstellen, könnte diese Bedingung nicht erfüllt sein. Und mit genau dem gleichen Argument kriegen sie raus, dass diese Nullstellen auch nicht irgendwo auf der reellen Achse liegen können, dann machen wir das Hand-Waving, wenn sie sich vorstellen, die Nullstelle, wir waren damit gestartet, da liegt die Kamera noch nicht, wenn die eine Nullstelle auf dem Rand liegen würde, dann hätten sie, dann müssten sie diesen Ausdruck x-xi ebenfalls nicht quadrieren, um das Vorzeichen unter Kontrolle zu kriegen, das gilt natürlich genauso, wenn die Nullstelle außerhalb des Intervalls a, b liegen würde, also wenn die Nullstelle irgendwo links von a liegt, dann ist entsprechend x- diese Nullstelle auf dem Intervall a, b ist sowieso immer positiv, müssten sie nicht quadrieren, kriegen also ein Gegenbeispiel zur Exaktheitsgrad hin und damit ein Gegenbeispiel zu dieser Bedingung zwei Stern hin. Dasselbe mit x-b, wenn die Nullstelle gleich b ist, dann müssten sie entsprechend nur dieses Polynom mal minus eins nehmen, damit sie nicht negativ sind, liegt die Nullstelle noch weiter rechts als b, haben sie einen entsprechenden Ausdruck, der auch unter Kontrolle ist. In a, b wissen sie, x- irgendwas, was rechts von b liegt, ist immer negativ, müssten sie also nur mal minus eins nehmen, dann ist es immer positiv, müssten sie also nicht quadrieren, damit es positiv ist, kriegen entsprechend dieses Gegenbeispiel zu zwei Sternen raus. Das heißt, wir kriegen mit dem gleichen Argument, und sie werden es in der Übungsaufgabe, werden wir sie sauber ausführen lassen, um dieses Argument einzuüben. In der Übungsaufgabe werden sie sehen, dass außerdem auch noch gilt, dass die x1 bis xn, dass die tatsächlich nicht nur irgendwo in R liegen, sondern in a, b liegen, und sie werden ebenfalls mit dem gleichen Argument zeigen, dass die Dinger paarweise verschieden sind, denn auch das gilt wieder mit demselben Argument, wenn sie zweimal die gleiche Nullstelle haben, wenn x1 und x2 die gleiche reelle Nullstelle ist, dann ist x minus x1 mal x minus x2 gleich x minus 1 Quadrat, das heißt, da haben sie das Vorzeichen unter Kontrolle, den Teil müssen sie nicht quadrieren, haben sie das gleiche Argument wie eben, dass sie dann zwei Sterne verletzen würden. Ja, und das heißt, wir haben tatsächlich, wenn wir es schaffen, also es ist immer noch nicht ganz klar, ob wir diese Bedingung erfüllen können. Wir haben uns überlegt, wir können das Polynom in Koeffizientenform ansetzen, haben wir m-lineare Gleichung für m-unbekannte, haben eine Chance auf Lösbarkeit, ob sie lösbar sind oder nicht, müssen wir uns noch überlegen, aber wenn wir es schaffen, so ein Polynom zu finden, was diese Bedingung erfüllt, dann wissen wir, die Nullstellen von dem Polynom taugen auch als Knoten von der Quadraturformel, sind nämlich liegen alle im richtigen Intervall, und wir wissen, die Knoten geben uns dann auch eine perfekte Quadraturformel, nämlich eine mit Exaktheitsgrad 2m-1. Wenn wir diese Knoten nehmen und die Gewichte dann zu diesen Knoten, die Knoten müssen zuerst gewählt werden, wenn wir diese Knoten wählen und dann als Gewichte diese Integrale Li-Formeln benutzen, dann kriegen wir tatsächlich eine Quadraturformel raus mit dem bestmöglichen Exaktheitsgrad 2m-1. Ja, was immer noch offen ist, können die, also existieren die Dinger überhaupt? Also haben wir eine Chance auf Lösbarkeit dieser linearen Gleichung, gibt es solche Funktionen? Und da hilft uns eine komplett andere Sichtweise auf diese Dinge. Und diese Sichtweise, die probiere ich die ganze Zeit schon so ein bisschen mit vorzubereiten. Es hat uns ja schon häufiger genutzt, dass wir sagen, Polynome sind ein Vektorraum. Hat uns nämlich genutzt an der Stelle, dass wir sagen konnten, wir konnten ganz viele Dinge einfach auf einer Basis nachrechnen. Lineare Funktionale auf einem Vektorraum stimmen dann überein, wenn sie auf einer Basis übereinstimmen. Deswegen konnten wir damit, das konnten wir ausnutzen, mit dieser Basis der Lacroixchen Grundpolynome. Das hat uns die Formel für die WIs gegeben. Das können wir ausnutzen, zum Beispiel um diese Bedingungen zwei Sternen, dass wir die nur auf Monomen nachrechnen müssen. Also Basisbegriff hat uns schon enorm genutzt. Und der Basisbegriff kommt eigentlich aus der Geometrie. Eigentlich sagen wir, im Dreidimensionalen können sie jeden Punkt dadurch festlegen, dass sie sagen, wie viel gehe ich nach rechts, wie viel gehe ich nach vorn, wie viel gehe ich nach oben. Dann kann ich jeden Punkt im Raum entsprechend erreichen. Nicht, weil ich nicht nach oben kann, aber eine Drohne könnte das. Also das heißt, und das ist entsprechend der Basisbegriff. Sie kriegen alles durch diese drei Dinger entsprechend als Linearkombination von nach rechts gehen, nach vorne gehen, nach oben gehen, beschrieben. Und diese Idee, dass sie jeden Punkt im Vektorraum erreichen, indem sie entsprechend das aus Basiselementen kombinieren, ist genau die Idee, dass wir jedes Polynom aus Monomen zusammensetzen können in der Linearkombination. Jetzt bringen wir noch einen weiteren geometrischen Begriff mit rein. Wir bringen nämlich die Orthogonalität an der Stelle mit rein. Bemerkung 1, 1, 8. Diese komische Bedingung, die da steht. 1, 1, 8. Unser 2 Stern haben wir es genannt. Die Durchnummerierung hatten wir im Skript in der Vorlesung. Jetzt hatten wir es immer als 2 Stern bezeichnet. Also unser Integral Omega von x mal p von x, w von x gleich 0 für alle p in Pi m minus 1. Das lässt sich ebenfalls geometrisch interpretieren. Und jetzt ist es nützlich, das so zu interpretieren. Das lässt sich nämlich als Orthogonalität interpretieren. Orthogonalität haben Sie in der abstrakten linearen, axiomatischen linearen Algebra eingeführt als Sie haben ein Skalarprodukt, auf einen Vektorraum. Das genügt gewissen Bedingungen, also eine Bilinearform, die bestimmten Bedingungen erfüllt. Die haben Sie Skalarprodukt genannt. Und wenn Sie zwei Vektoren haben, die entsprechend in so ein Skalarprodukt miteinander kombiniert gleich 0 ergeben, dann sind die beiden Vektoren orthogonal. Und dahinter steckt die entsprechende Senkrechtvorstellung aus der Geometrie. Hier haben wir auch eine ordnende Skalarprodukt. Das Skalarprodukt, was wir hier haben, ist es, wir kriegen zwei Funktionen. Also ich schreibe Ihnen Skalarprodukt mit solchen eckigen Klammern hier, wo zwei Funktionen eingehen. Also das Skalarprodukt ist erstmal rein, erstmal ganz mathematisch formuliert etwas, das kriegt zwei Funktionen bei uns, f und g. Und das bildet das Skalarprodukt der beiden Funktionen. Also wir kriegen zwei Funktionen f und g. Und wir machen daraus das Skalarprodukt f, g. Also wir kriegen zwei Vektoren aus einem Funktionenvektorraum und machen daraus eine reelle Zahl. Und wie machen wir das? Wie kriegen wir aus den beiden Funktionen eine reelle Zahl? Nun, wir schreiben sie zusammen ins Integral. f von x mal g von x mal w von x dx. Also für Gewichtsfunktionen gleich eins ist das Skalarprodukt zweier Funktionen einfach f mal g und das dann aufintegriert. Ja, und dann rechnen Sie schnell nach, zum Beispiel auf dem Raum der stetigen Funktionen, insbesondere also auf dem Raum der Polynome, aber es klappt auch noch auf dem Raum der stetigen Funktionen problemlos, ist das Ding tatsächlich ein Skalarprodukt. Also dieses Ding ist ein Skalarprodukt auf dem Vektorraum der stetigen Funktionen auf a, b. Kriegen Sie leicht nachgerechnet. Symmetrie haben Sie offensichtlich. f und g können Sie vertauschen. Die Linearität haben Sie offensichtlich, wenn Sie links ein f1 plus f2 einsetzen, kriegen Sie es aus dem Integral raus, rechts entsprechend bei dem g. Genauso skalare Vielfache von f kriegen Sie rausgezogen. Sie haben Positivität, wenn Sie f2 mal einsetzen, f mit sich selbst, haben Sie Integral f² ist immer größer gleich 0 und Sie haben die Definitheit, das war gerade unser nützliches Lemma aus der letzten Vorlesung, dass das Integral f² gleich 0 ist, weil das f² ist ja nicht negativ, das heißt Integral f² ist gleich 0 genau dann, wenn f die 0-Funktion ist, das heißt, dieses nützliche Lemma ist genau die Definitheit von diesem Skalarprodukt. Das heißt, wir haben nicht nur die Vorstellung, dass Sie Funktionen wie Vektoren kombinieren können, Summen bilden können, Linearkombinationen bilden können, Sie können auch von Orthogonalität sprechen, von Funktionen. Und lösen Sie sich da von der geometrischen Vorstellung. Also die geometrische Vorstellung ist gut, dass Sie Dinge wie Bestapproximationen und so, die Sie im Raum machen, die könnten jetzt von Bestapproximationen in Funktionenräumen reden, aber lösen Sie sich davon, diese geometrische Vorstellung in Funktionsgrafen sehen zu wollen. Also ob eine Funktion senkrecht steht auf einer anderen Funktion, Sie malen sich die beiden Funktionsgrafen hin, könnte ich Ihnen nicht sagen. Also durch reines Anschauen. Es ist nicht so, dass Sie da irgendwie einfach sehen könnten, wie eine Funktion und eine andere Funktion, also Sie müssten irgendwie mit dem Vorzeichen, Sie könnten nicht beide die ganze Zeit größer gleich 0 sein, sonst könnte entsprechend das Integral des Produktes nicht gleich 0 sein, aber vielmehr kann ich Ihnen da auch nicht drin sehen, dass die eine ist irgendwie größer 0, die andere kleiner 0 und dann müsste es nochmal andersrum sein oder so, damit sich das entsprechend ausgleicht, aber das werden Sie nicht sehen. Also die beiden Funktionsgrafen sehen Sie nicht an, ob diese Funktionen entsprechend orthogonal aufeinander stehen. Nichtsdestotrotz ist das ein nützlicher Begriff, zum Beispiel können wir diese Orthogonalität, die finden wir in unserer Bedingung zwei Sternen, denn zwei Sternen war ja gerade, ich schreibe es Ihnen nochmal hin, das Integral Omega von x mal p von x mal w von x dx, dass das hier gleich 0 ist, Integral von a bis b, das war ja unsere Bedingung zwei Sternen, naja und was dieser lange Integral ausdruckt, das ist ja nichts anderes als Omega und p zusammen in ein Integral geschrieben und in dem Integral steht immer noch diese Gewichtsfunktion mit drin. Das heißt also, was hier steht, ist nichts anderes als das Omega mal p, dass das gleich 0 ist, für alle p in Pi m minus 1. Das heißt also, was muss unser Knotenpolynom erfüllen, in diesen Begriffen der Orthogonalität gesprochen, Omega muss im Skalarprodukt mit jedem Ding aus dem Raum Pi m minus 1 gleich 0 ergeben. Das heißt, Omega muss senkrecht auf dem Raum Pi m minus 1 stehen. Das heißt, das ist gerade äquivalent dazu, dass Omega senkrecht steht auf dem kompletten Vektorraum Pi m minus 1. Und über Orthogonalität haben Sie in der linearen Algebra gesprochen, haben insbesondere das Gram-Schmidtsche Orthogonalisierungsverfahren sicherlich kennengelernt, dass die Vektoren immer, wenn Sie ein Skalarprodukt haben, können Sie eine Basis immer orthogonalisieren. Das heißt, Sie wählen sich eine, also Sie haben eine Basis von irgendeinem Vektorraum und dann starten Sie mit dem ersten Vektor, dann haben Sie den nächsten Vektor, der gibt Ihnen, weil Sie eine Basis sind, gibt er Ihnen eine neue Dimension, ruhig geometrisch vorgestellt und dann können Sie diesen zweiten Vektor, der steht vielleicht nicht senkrecht auf dem ersten, aber den können Sie so abändern um den ersten Vektor, dass Sie auch noch orthogonal auf dem ersten Vektor stehen. Das heißt, Sie haben eine relativ einfache Formel, können Sie explizit hinschreiben, den zweiten Vektor, wie müssen Sie den so abändern, dass er orthogonal auf dem ersten Vektor steht. Dann haben Sie den dritten Vektor in Ihrer Basis, der bringt Ihnen wieder eine komplett neue Dimension ins Spiel, weil Sie eine Basis sind und dann wird der entsprechend so abgeändert, dass er auf den ersten beiden Vektoren orthogonal steht. Das heißt, zudem addieren Sie so oft den ersten Vektor drauf und so oft, bis er orthogonal auf dem ersten steht und dann addieren Sie noch so oft den zweiten Vektor drauf, bis er auch orthogonal auf dem zweiten steht. Auf die Art und Weise konnten Sie eine Basis von Vektoren und konnten Sie Schritt für Schritt orthogonalisieren. Ja, wenn wir das auf Vektoren machen können im geometrischen Raum, können wir es auch auf Vektoren machen in irgendwelchen abstrakten Vektorräumen, dann können wir es auch auf solchen Funktionenräumen machen. Also alles, was wir machen müssen, ist eine Basis von unserem Polynomraum zu orthogonalisieren. Das heißt, wir nehmen uns zum Beispiel die Bonombasis, starten mit dem Polynom P von x gleich 1 und jetzt suchen wir uns ein Polynom vom Grad 1, also nehmen wir als nächstes Monom x hoch 1 dazu und jetzt addieren wir auf dieses x hoch 1, addieren wir so oft das ursprüngliche konstante Polynom dazu, bis wir senkrecht stehen auf dem konstanten Polynom. Dann haben wir entsprechend eine Orthogonalbasis von Pi 1 gefunden und zwar so, dass das zweite Basiselement senkrecht auf dem ersten steht. Wir machen dasselbe mit dem dritten Element, also nehmen wir uns jetzt x² dazu, möchten gerne Polynome von Grad 2 haben und die wollen wir aber so haben, dass sie auf den ersten beiden Basiselementen orthogonal stehen. Gramms-Schmidt's Orthogonalisierungsverfahren, wir nehmen uns x² und addieren so oft die konstante Funktion dazu, bis wir senkrecht auf den konstanten Funktionen stehen, so oft diese zweite Basisfunktion, die wir schon orthogonalisiert haben, dazu, bis wir senkrecht darauf stehen und bauen uns auf die Art und Weise eine immer höhere Basis von immer höheren Polynomräumen auf und zwar so, dass immer das nächste Basiselement senkrecht steht auf den vorherigen und dann haben wir genau das erfüllt. Dann haben wir Polynome gefunden, die senkrecht stehen auf dem Polynomraum niedrigeren Grad. Das heißt, indem wir Gramms-Schmidt's Orthogonalisierungsverfahren anwenden auf die Monom-Basis und die Dinger nacheinander entsprechend orthogonalisieren, finden wir solche Knotenpolynome, die zwei Sternen erfüllen. Und insbesondere haben wir damit gezeigt, zwei Sternen ist erfüllbar. Das, was vorher nicht klar war, kriegen wir solche Polynome überhaupt? Linear aus Gleichungssystem, ich habe es Ihnen nicht in Matrixform geschrieben, Sie werden in der Matrixform auch nichts ansehen, ob es lösbar ist oder nicht. Es ist nicht so einfach wie bei der Van der Mond-Determinante. Also lineares Gleichungssystem, gleich viele Gleichungen wie unbekannte, muss nicht unbedingt lösbar sein. Dass diese Bedingung zwei Sternen, dass dieser Exaktheitsgrad 2m-1 überhaupt erreichbar ist, ist also bis jetzt noch nicht klar. Aber Gramms-Schmidt'ss Orthogonalisierungsverfahren funktioniert immer. Das heißt, zwei Sternen ist erfüllbar, weil es ist Orthogonalität und Gramms-Schmidt'ss Orthogonalisierungsverfahren funktioniert. Das heißt also, wir können die Dinger einfach dadurch finden, verwende Gramms-Schmidt Orthogonalisierungsverfahren um beginnend mit Omega 0 gleich 1 eine Folge zu konstruieren, Omega m jeweils in Pi m ohne Pi m-1 zu konstruieren mit ja, Gramms-Schmidt konstruiert die Dinger so ja Gramms-Schmidt konstruiert die Dinger ja immer so, dass Omega m senkrecht steht auf allen vorherigen Basisvektoren. Das heißt also, wir haben hier Omega m senkrecht auf Omega j für alle j gleich 0 bis m-1 und das heißt ja wegen Linearität wieder nichts anderes, als dass Omega m senkrecht steht auf Pi m-1. Das heißt, auf die Art und Weise finden wir einfach durch Orthogonalisierung betrachten die Polynome einfach nur noch als abstrakte Vektoren. Das Alarprodukt da drauf ist, die Dinger zusammen ins Integral zu schreiben. Dann nehmen sie sich die Formel aus dem Gramms-Schmidt'schen Orthogonalisierungsverfahren aus der linearen Algebra und bestimmen sich nacheinander Polynome immer höheren Grades, die entsprechend diese Orthogonalitätsbedingungen erfüllen. Und schon haben sie ihre Knotenpolynome gefunden. Wenn sie von diesen Polynomen die Nullstellen nehmen, dann haben sie die perfekten Quadraturverfahren, die nämlich tatsächlich Exaktheitsgrad 2m-1 erreichen. Die Knoten können sie auch nutzen, die sind reell, die liegen in einem richtigen Intervall, die sind paarweise verschieden und sie kriegen damit den tatsächlich höchstmöglichen Exaktheitsgrad raus. Das heißt also, was auf die Art und Weise kriegen wir für jedes m, egal wie hoch sie das Ganze treiben wollen, also für alle m erhalten wir alle natürlichen Zahlen erhalten wir so Knotenpolynome Omega m der Nullstellen als Knoten zusammen mit den Gewichten, die wir wie immer wählen, also mit Gewichten Wi gleich Integral Li von x W von x W x zusammen mit diesen Gewichten bilden diese Knoten die Nullstellen von den so bestimmten Polynomen, die sind auf die Art und Weise eine optimale Quadraturformel und optimal im Sinne vom Exaktheitsgrad erhalten wir so Knotenpolynome der Nullstellen als Knoten optimale Quadraturformeln das heißt mit Exaktheitsgrad 2m-1 liefern. Das heißt auf die Art und Weise haben wir den Exaktheitsgrad maximal hochgetrieben 2m können wir niemals erreichen Knotenpolynomen zum Quadrat kann keine Quadraturformel der Welt jemals exakt integrieren aber Grad 2m-1 erreichen wir tatsächlich alles was wir dafür machen müssen ist diese Knotenpolynome so zu wählen dass sie senkrecht stehen auf den entsprechenden Polynomen kleineren Grades mit Gram-Schmidt-Schau Orthogonalisierung das heißt es geht tatsächlich das heißt zum Beispiel unsere Trapezformel ist ja eine Formel mit zwei Punkten die ist nicht optimal in dem Sinne also Trapezformel ist nicht optimal weil wir da haben wir mit zwei Punkten tatsächlich nur Exaktheitsgrad 1 das entspricht gerade dem was man durch die Polynominterpolation erwarten würde aber mit dem was wir gerade gezeigt haben wissen wir es gibt auch zwei Knoten es gibt auch zwei also es gibt auch die Möglichkeit zwei Punkte im Intervall a b zu wählen so dass wir als Grad 2m-1 also 2x2-1 4-1 gleich 3 erreichen könnten das heißt Trapezformel kann nur Grad 1 exakt integrieren aber es gäbe zwei Punkte irgendwo im Intervall a b mit denen wir tatsächlich Exaktheitsgrad 3 hinkriegen würden Simson-Formel genauso mit drei Punkten mit drei Punkten haben wir Exaktheitsgrad nicht nur zwei sondern wegen der Symmetrie sogar drei war schon ein bisschen besser als wir durch Polynominterpolationen erwarten würden es geht aber noch besser man kann diese drei Punkte auch so wählen dass wir entsprechend Exaktheitsgrad 2x3-1 gleich 5 erreichen also wir kriegen mit der Simson-Formel kriegen wir nur Exaktheitsgrad 3 raus das war schon ganz gut aber es ist sogar Exaktheitsgrad 5 möglich die Frage ist nur wie sehen diese Knoten dann wirklich aus und was müssen wir dafür machen wir haben eine Methode die jetzt vor uns liegt wir müssten entsprechend unsere Polynome ausrechnen also wir starten mit Polynom 1 einfach einfach konstantes Polynom dann nehmen wir uns entsprechend x das nächste Monom plus irgendwelche Vielfachen von 1 und diese Vielfachen bestimmen wir so dass unser x plus Vielfache von 1 senkrecht steht auf der 1 und zwar senkrecht in dem Sinne dass zusammen ins Integral geschrieben wir entsprechend gleich 0 rausbekommen dann kriegen wir ein Polynom ersten Grades raus dessen Nullstelle ist die perfekte Quadraturformel mit einem Knoten dann machen wir dasselbe mit einem Polynom zweiten Grades nehmen x² plus so viel Vielfache mal 1 dass es darauf senkrecht steht plus Vielfache so viel Vielfache unseres gerade bestimmten Polynoms Omega 1 so dass es darauf auch senkrecht steht dann haben wir entsprechende Parabel raus und deren Nullstelle müssten wir ausrechnen und würden damit die zwei perfekten Knoten rauskriegen mit denen wir eine Quadraturformel Formel das hatten wir gerade ausgerechnet Exaktheitsgrad 3 tatsächlich erreichen könnten und nicht nur Exaktheitsgrad 1 ja und das Ganze werden wir durchführen ich werde es Ihnen mit diesem Verfahren zeigen ein Stück weit und dann werde ich Ihnen zeigen zumindest für den wichtigen Fall dass wir Gewichtsfunktionen gleich 1 haben da gibt es noch eine sehr elegante und weitreichende und tiefliegende Möglichkeit wie wir tatsächlich diese Knoten und Gewichte sehr sehr schnell und sehr sehr effizient ausrechnen können ohne diesen langen Weg zu gehen also ohne wirklich mit dem Gramm-Schmidt'schen Autogonalisierungsverfahren die Polynome auszurechnen dann die Nullstellen der Polynome auszurechnen das wäre ich Ihnen sowieso noch schuldig wie man das macht das können wir tatsächlich umgehen zumindest für Gewichtsfunktionen 1 durch eine sehr elegante Art und Weise das letzte noch für diese Vorlesung damit das Wort einmal mit dran steht dass nämlich die Formeln die hier rauskommen diese so konstruierten Verfahren die heißen die sogenannten Gauss-Quadratur-Formeln oder Gauss-Verfahren also die mit höchstmöglichem Exaktheitsgrad und das allerletzte was ich heute Ihnen noch kurz ansprechen möchte Bemerkung 1,19 was wir gemacht haben war immer unter der Voraussetzung dass wir eine Gewichtsfunktion haben die stetig war und nicht negativ war und im Innern des Intervalls sogar echt positiv war das Ganze hatten wir benutzt also wenn wir zurückblicken drauf schauen wo haben wir diese Bedingungen gebraucht die Positivität haben wir an ganz ganz vielen Stellen gebraucht und insbesondere da wo dieses Integral über irgendetwas nicht Negatives integriert gibt gleich Null genau dann wenn die eingesetzte Funktion gleich Null ist das Ganze würde kaputt gehen wenn die Gewichtsfunktion W negativ wäre weil dadurch dann Teile unterhalb der Null auftauchen könnten das heißt auf die Nicht-Negativität können wir nicht verzichten aber man kann zeigen dass alles was wir bisher gemacht haben also alle Ergebnisse gelten auch wenn wir abschwächen wenn W weiterhin nicht negativ ist aber statt Stetigkeit reicht integrierbar wenn wir zusätzlich noch fordern und die Nullstellen dürfen nicht nur am Rand sein sondern auch im Inneren sein also W nicht negativ integrierbar und nur endlich viele Nullstellen besetzt das heißt für ein etwas allgemeineres W wird das Ganze tatsächlich auch noch klappen ja und wie das Ganze aussieht für den wichtigsten Fall nämlich Gewichtsfunktion gleich 1 und insbesondere wie wir denn statt der Trapezform wo wir diese Punkte denn wählen sollten das ist der erste nicht triviale Fall was denn besser ist als die beiden Randpunkte zu wählen bei einem Punkt ist klar den legen wir in die Mitte bei zwei Punkten vielleicht ist es besser die ein bisschen näher an die Mitte zu legen aber wie nah sollten wir die dann an die Mitte legen ganz nah beide in die Mitte ist natürlich Unsinn also so ein Stück weit müssten wir von der Mitte entfernt ganz außen ist aber auch nicht optimal also wo ist der optimale Mix zwischen diesen beiden Dingen damit wir tatsächlich Exaktheitsgrad 3 mit zwei Punkten hinbekommen das überlegen wir uns dann nächste Woche ich danke Ihnen fürs Zuhören